Im zweiten Video unserer Strecke rund um das Thema LUT bzw. eigentlich geht es darum, out of cam fertige, geniale Bilder zu erzeugen, gucken wir einfach mal ein bisschen unter die Motorhaube von diesem ganzen Thema und versuchen dieses Thema LUT, wie ich es immer nenne, zu verstehen. Weil nur wenn man es versteht, kann man es auch wirklich effektiv und sinnvoll einsetzen. LUT, LUT, heißt Look Up Table. Look Up Table, Nachschautabelle, deutsch übersetzt, ist eine Art Eingangsausgangsmatrix, also eine Tabelle. Da steht ein Eingangswert drin und dann steht drin, was dieser Wert eigentlich bedeutet. Vergessen wir an der Stelle einfach mal, warum. Gucken wir uns nur an, was passiert. Ich speichere hier ja in der Kamera Bildinformationen. Das sind Farben und Helligkeiten. Und diese Farben und Herrlichkeiten RGB, die werden einfach aufgenommen von der Realität, abgespeichert und gut ist. Wenn ich die jetzt verändern möchte und nichts anderes ist, ist es ja ein Bildlook. Nehmen wir mal einen coolen Boho-Bildlook. Boho, da ist alles braun gefärbt, nichts mehr Grünes drin, alles sehr entsättigt. Da werden ja Farben verändert. Das machen wir in der Bildbearbeitung. Wir nehmen ja Lightroom, schieben ein paar Regler und schon verändern wir Helligkeiten und Farben. Diese Änderungen, die kann ich sozusagen einfach in eine Tabelle speichern und habe dann einen finalen Bildlook. Und nichts anderes ist ein Look, ein LUT. Wir machen jetzt einfach mal ein LUT und zwar ein ganz einfaches. Ich habe ein Rot, Grün und Blaues Bild. Und ich sage jetzt, das Rote soll Magenta werden, das Grüne soll Magenta werden und das Blaue soll Rot werden. Und jetzt habe ich in der Tabelle geschrieben, Grün. Also ich habe alle Informationen als Änderung drin und punktfertig ist mein Look. Das heißt, ich habe einfach Bildwerte verändert. Jetzt geht das Ganze ein bisschen komplexer. Es gibt 1D-LUT oder 3D-LUT, eine Dimension, drei Dimensionen. Bei drei Dimensionen hätten wir zum Beispiel Rot, Grün und Blau. Das ist dann wie so ein Borg-Würfel, muss man sich das vorstellen, wo jede Farbe in jeder Helligkeit mit jeder Mischung eben vorhanden ist. Und in diesem 3D-LUT kann ich jetzt alle Farben neu definieren. In der Realität wird mir da eine Tabelle runtergeschrieben, wo immer steht, diese Farbe wird diese Farbe, diese Farbe wird diese Farbe, diese Farbe wird diese Farbe. Und die Helligkeiten, die sind auch noch inkludiert. Und jetzt habe ich sozusagen eine Änderungstabelle für jeden einzelnen Wert, den es in einem Bild geben kann. Und fertig ist mein LUT. Das heißt, ein fertiger Bildlook, Instagram-Filter könnte man auch sagen, aber ist immer so negativ behaftet. Ein fertiger Bildlook wird anhand von relativen Änderungen abgespeichert und kann dann über das Bild gelegt werden. Und diese beiden Kameras sind ja in der Lage, A10-LUTs integriert abzuspeichern und dann jeweils anwenden zu können, um das Bild auch wirklich damit abspeichern zu können. Ich habe es schon angekündigt, im ersten Video, die meisten Kameras, fast alle Kameras, die aktuell auf dem Markt sind, können nur im Videobereich vielleicht ein LUT anzeigen auf dem Display, aber nicht abspeichern. Weil da wird natürlich nochmal Rechenleistung benötigt. Eine Kamera muss in der Lage sein, sowohl das Bild aufzunehmen, abzuspeichern und dann noch weiter zu verarbeiten. Und wer mal so ein Photoshop geöffnet hat oder ein Lightroom und ein Bild exportiert mit einem Bildlook, der weiß, dass selbst ein großer Mac oder ein großer Windows-Rechner schon ein bisschen Zeit brauchen kann, um sowas abzuspeichern. Und diese beiden Kameras sind eben in der Lage, das on the fly zu machen, ohne dass irgendwie die Serienbildfunktion einbricht oder der Autofokus langsamer wird. Die machen das einfach nebenher nochmal kurz oben drüber. Dieses LUT, also diese Referenzierungstabelle, diese Entscheidungsmatrix, Umsetzungsmatrix, wie man auch immer das nennen möchte, das ist eigentlich relativ einfach aus der IT übernommen und definiert damit den Bildlook. Und das war es eigentlich. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man wunderschön Bildlooks anwenden und Bildlooks auch einsetzen, denn jeder Farbe gebe ich eine neue Farbe. Aber Achtung, die Eingangsfarbe ist wichtig. Das wird noch wichtig werden im weiteren Verlauf, denn es ist sehr erheblich, wie ich das ursprüngliche Bild oder das Grundbild aufnehme. Das heißt, mit welchem Weißabgleich zum Beispiel, mit welchen Kontrasten, denn das ist die Grundlage, um dann in der Tabelle nachzugucken, das soll es eigentlich werden. Aber das ist auch die Stärke von LUT, weil jetzt kommen wir mal ein bisschen auf die Bildstile zu sprechen. Alle Fotokameras, Panasonic, aber auch alle anderen Marken, haben ja so integrierte Bildstile, Kreativmodi, Picture Controls oder wie die auch immer heißen. Und da wird auch Landschaft und Neutral und Portrait und alles Mögliche gemacht. Hier bei der neuen G9 II gibt es auch ein Leica Preset, wo also diese Leica Kontraste imitiert und nachgeahmt werden. Und das muss man so verstehen, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal übereinanderliegend an, die Kamera nimmt mit dem Sensor die Bilddaten auf. Hier kommen die Photonen rein, werden in Elektronen gewandelt, dann wird erstmal die Rohrdatei abgegriffen, also die Rohdaten werden abgegriffen. Aus den Rohdaten wird ein anzeigbares Bild generiert. Das wäre sozusagen das interne JPEG. Selbst wenn man nicht JPEG abspeichert, wird ein solches generiert und da drüber wird dann das LUT gelegt. Bedeutet, das ist eine dritte Ebene, die oben drüber kommt, wobei das nicht erschrecken. Wenn ich in Lightroom eine Rohrdatei öffne, dann sagt er zwar nicht, dass er hier gerade was exportiert hat, aber er muss ständig ein Bild exportieren, weil sonst könnte ich hier nichts sehen. Ich kann keine Rohdaten angucken, da sehe ich nichts. Also ich als Mensch brauche, selbst wenn ich eine Rohrdatei in Lightroom oder in Photoshop öffne, immer ein anzeigbares RGB Bild. Und das wird nonstop bei jeder kleinsten Änderung neu generiert, neu angelegt und auch so arbeitet eine Kamera. Das heißt also, die Rohdaten werden in Stufe 1 verarbeitet, anzeigbar gemacht und Stufe 2 wäre dann das LUT, was drüber gelegt wird. Ich wollte gerade nochmal darauf zu sprechen kommen, was an dieser LUT- oder LUT-Funktion besonders stark ist. Und zwar, es gibt keine Einschränkungen, inwieweit das Bild manipuliert wird, weil der Wert, der Ausgangswert kann so weit man möchte vom Eingangswert entfernt liegen. Ein normaler Bildstil kann zum Beispiel Kontraste verbessern oder steigern, kann Sättigung verringern, aber er kann jetzt nicht das Extremste machen, wie zum Beispiel eine Farbe in eine ganz andere Farbe verwandeln und zwar nur diese Farbe. Die Stärke des LUTs, und das gucken wir uns mal diesen Borg-Würfel an, in diesem Borg-Würfel sind jegliche Farben drin, die das Bild haben kann. So kann man es verstehen. Und ich kann diesen Borg-Würfel komplett umdrehen. Das heißt, ich könnte sogar ein Bild unretuschiert lassen, aber ein Pixel, was zum Beispiel leicht lila, blassblau, grün ist, das könnte ich rosa machen. Aber nur die eine Farbe. Also die Macht von LUTs ist in der Hinsicht viel, viel, viel stärker, als was wir aus den integrierten Kamerapresets kennen, weil dort eben keinerlei Grenzen sind. Ich kann wirkliche Bild-Looks integrieren, ich kann wirkliche, wirkliche krasse Looksänderungen machen und dadurch, dass ich ein 3D-LUT habe, das heißt also, dass ich in diesem Würfel bin, kann ich auch Luminanzen mit ändern. Das heißt, ich kann das Bild auch heller und dunkler machen und nicht nur farblich ändern. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich will ein leichtes Hellblau in ein tiefes Dunkelblau oder ein tiefes Lila-Dunkelblau verwandeln. Also es geht alles in diesem Würfel und das ist eben die Macht, die dadurch entsteht. Wie runden wir jetzt dieses Video ab, indem wir vielleicht nochmal so einen kleinen Mini-Prep-Talk machen? Ich habe immer das Gefühl, dass moderne Technik manchmal dazu führt, dass der eine oder andere oder die eine oder andere denkt, es würde was weggenommen werden. Und ich finde es so ein bisschen lustig, als damals die Autofokus-Fotografie aufkam, 70er, 80er Jahre, hatte man Fotozeitschriften voll mit das Ende der Fotografie, Autofokus. Und ich finde Autofokus, diese Diskussion damals, sie war genauso sinnlos wie diese LUT-Diskussion heute, weil jedes Objektiv und jede Kamera kann ja immer noch den Autofokus ausschalten. Das heißt, weil ich etwas besser mache und weil ich etwas sozusagen entwickle, selbst wenn ich das nicht als besser finde, aber ich habe die weiteren die Möglichkeit, es auszuschalten, dann verliere ich doch nichts. Keine Ahnung, ich habe meinen Papa, der ein bisschen älteres Semester ist, der sagt zum Beispiel, ach, diese Einparkhilfe ist alles Schrott, das passt, er lernt mehr Auto einparken. Ja, er kann sie auch ausschalten. Er verliert ja nichts dadurch, dass wir jetzt eine Einparkhilfe haben, die manchen Menschen sehr, sehr, sehr wohl das Blech rettet. So sagen wir es mal. Wenn man es ausschalten kann, ist ja nichts Schlimmes dran. Bei dieser LUT-Fotografie finde ich es ehrlich gesagt einfach nur sehr blöde, es nicht zu versuchen, das nicht einzusetzen, weil wie gesagt, selbst wenn es schlecht wird und selbst wenn es nicht klappt, die Rohdatei liegt auf der Speicherkarte und kann alles wieder so wie eh und je machen. Dann halt mit ein bisschen mehr Aufwand und Zeiteinsatz. Dann halt mit ein bisschen mehr Aufwand und Zeiteinsatz.